Steuern sparen wie Robert Kiyosaki. Ist das auch in Deutschland möglich? Ja, ich werde immer wieder gefragt. Es gibt ja ganz viele Leute, die diese netten Bücher vom Herrn Kiyosaki schon gelesen haben und mit viel Enthusiasmus dann auch seine Strategien verfolgt haben. Ich werde also immer wieder gefragt, naja, das, was Robert Kiyosaki da erklärt, insbesondere mit seinen Immobilienstrategien, wie er sozusagen vorgeht, damit er möglichst wenig Steuern auf seine Immobilieninvestments bezahlt und das Ganze sich immer und immer wieder rentiert, er verkauft regelmäßig Sachen, reinvestiert sie und so weiter, geht das auch in Deutschland? Und da muss ich ehrlicherweise sagen, das ist nicht ganz möglich, so wie er das hier beschrieben hat mit seinen Strategien. Also es ist nicht möglich, in Deutschland Steuern zu sparen wie Robert Kiyosaki. Das ist einfach nur mal so. Es gibt aber tatsächlich andere ähnliche Möglichkeiten, die zumindest in die Richtung gehen und wenn man weiß im Detail, wie man etwas gestalten muss, dann kann man auch diese Turnarounds machen sozusagen. Also dass man sagt, ich kaufe mir zum Beispiel einen Immobilienbestand, ich halte den einige Jahre, ich halte den in einer Kapitalgesellschaft, ja, damit ich eben in meinem Privatvermögen keine großen Gewinne mit einem hohen Steuersatz zu versteuern habe, sondern in einer Kapitalgesellschaft mit einem niedrigen Steuersatz. So und nach ein paar Jahren, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, dann kann ich die Immobilien verkaufen, habe natürlich den Veräußerungsgewinn, den ich in Deutschland in der Kapitalgesellschaft auch mit einem niedrigen Steuersatz versteuern kann und kann aber gleichzeitig, wenn ich das nicht möchte, einen Mechanismus benutzen, um sozusagen die stillen Reserven, nennt man das, also der Unterschied zwischen den Anschaffungskosten und dem Veräußerungspreis, den ich jetzt letztlich am Markt erzielen kann. Wenn das also ein Gewinn ist, den ich damit mache, dann kann ich den auf ein neues Objekt, was ich kaufe, sozusagen übertragen, aber nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen und auch nur, wenn ich einen gewissen Zeithorizont dazwischen abwarte. Das heißt, es ist nicht unbedingt so, dass ich genau dieselben Strategien anwenden kann wie der Robert Kiyosaki. Ich kann das Ganze aber adaptieren. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann trag dich doch einfach ein zu unserem kostenfreien Strategiegespräch und dann lass uns darüber sprechen. Das heißt, es ist nicht unbedingt so, dass ich mich nicht 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 so, dass ich